Der spirituelle Name Vairagi. Vairagi, auch Vairagin geschrieben und ausgesprochen, ist jemand, der leidenschaftslos ist, jemand, der ohne Verhaftung ist. Vairagi ist auch die Bezeichnung eines Mönches, eines Entsagten. Vairagi ist jemand, der sich von allem Raga, von allen Verhaftungen befreien will. Vairagi ist auch ein Bettelmönch. Wenn du Vairagi heißt, dann soll das heißen, du willst alle begrenzte Gier und jedem Wunsch loslassen. Vielleicht hast du ein großes Interesse, Mönch zu werden. Vielleicht aber hast du ein Leben, das voller Erfüllung ist, aber du willst dich dabei an nichts haften. Ich habe schon einen längeren Vortrag gegeben über Vairagi. Diesen findest du auf unserer Internetseite als Video und als Niederschrift. Zusammen mit weiteren Artikeln und Bemerkungen auf wiki.yoga-vidya.de Querstrech bei Vairagi.